Weingut D'Ana Herzlich Willkommen bei ZOMD.TV Heute stelle ich Euch ein kleines Weingut aus Deutschland vor und zwar das Weingut D'Ana aus Durbach bei Baden geführt wird das von Alexander D'Ana und ja, ich habe da heute 3 Pinot Noirs vom Typ 3 die Preise sind die Weine von Weingut D'Ana die was alle in Paris ausgebaut worden sind und ich habe heute ganz speziell die Typ 3 Pinot Noirs Weine aus dem Jahre 10, 9 und 8 Ich fange daran mit dem jüngsten eigentlich mit dem 10 an Ich geschätzt habe, dass der noch nicht abgefritt worden ist, weil er mir das geschickt hat und da mit der Hand den Jahrgang drauf geschoben hat aber ich bin gespannt Wir sind am Wasser schon sehr sehr fruchtig elegant ein bisschen kräutrig ist dabei ein bisschen leicht würzig wir haben wieder diese typischen Fruchtstrukturen am Gaumen sehr schön das Danin ist schon noch ziemlich kräftig ist noch ein bisschen im Vorrag und ist noch nicht ganz eingebunden ist zwar schon trinkbereit aber fast noch eine Spur zu jung wäre eigentlich schade uns jetzt schon zu trinken er hat wieder eine schöne Frucht er hat ein schönes Spiel zwischen Frucht und Danin er hat einen mittleren bis langen Abgang sehr schön weich man hat ein bisschen die Holztöne dabei wobei die beim Danin ein bisschen untergehen noch wenn er ein bisschen reifer ist dann hat er sicher sehr gut wie viel Prozent er hat habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung die steht da noch nicht oben ich schätze mal die Leute bei der 13,5% irgendwo in der Richtung herumschwimmen gut dann gehen wir zum Jahr 2009 es ist wieder alles trocken in der Nase wieder sehr schön fruchtig in der Nase wieder sehr schön fruchtig dieses grasige Kräutige wie wir beim 2010er schon gekauft haben ist da auch wieder nur schon etwas feiner die Fruchtstruktur ist auch wieder dieselbe aber mehr im Vordergrund mehr ausgeprägt bisschen besser in Balance am Gaumen sehr schöne Frucht ist der Nini schon einiges zurückgetreten es ist viel runder, viel weicher wirkt harmonischer ist bereits jetzt super trinkbar aber auch dem würde ich noch ein bisschen Zeit geben ein paar Jahre geben und ich sehe da wirklich ein gutes Potential und ja genau wenn er ein bisschen Luft hat dann kommt er auch viel intensiver heraus und dann öffnet er sich mehr ein bisschen verschlossen mit der nötigen Luft ist er wunderschön ausbalanciert schon sehr reif hat 13,5% wie gesagt Jahrgang 2009 sehr schön ist auch spannender rein wunderschöner Speisenbegleiter zu Lindgerichten kann ich mir sehr gut vorstellen irgend so einen Rahmgeschnetzelten mit Kalb genauso sonst noch stellen wir den sehr gut auch bei Wildgerichten vor irgendwas mit einer Preiselbersauce Reeragout kann ich mir auch ganz gut vorstellen vielleicht ein bisschen ein paar Sachen mit Kräutern ein bisschen dieses mediterranen Touch haben weil er Wein selber auch sehr viele Kräuteraromen und Kräuter im Bouquet hat wirklich sehr schön dann haben wir noch den 2008 Teil und da bin ich wirklich schon sehr gespannt in der Nase sehr sehr reif dunkle Beerenfrucht Kirsche ist dabei ein bisschen diese Amarena Kirsche was man kennt aber auch Heidelbeeren es ist dezent blumig es ist wieder ein bisschen Kräuter dabei wieder leicht rauchig da kommt es halt jetzt wirklich schon sehr schön aus bei 2009 und 2010 war das noch nicht ganz so da war es eher noch irgendwo im Hintergrund ziemlich weit unten da ist es schon sehr schön nach oben bindet sich sehr schön mit Frucht ein mit Kräutern ein mit den Blumen ein das macht richtig Spaß das macht richtig Spaß am Gaumen wir haben jetzt im Vorrat mit erstmal diese Fruchtstruktur das daneben ist in den Hintergrund getreten schön eingebunden weich ein langer Abgang der sich schön breit zieht er ist sehr vollmundig sehr kräftig aber auch sehr elegant und keine Elefante Parzellanlagen schön angenehm rinnt er die Kehle runter traumhaft man hat ja wieder dieses ledrige erdige hat man am Gaumen das kommt dann ca. hinten weiter dann später wie gesagt langer Abgang sanfter Abgang ist nicht jetzt mit anhocken jetzt ist vorbei sein wirklich er zieht sich sehr sehr lange und wird dann ganz dezent immer weniger das Holz hat sich schon wunderbar eingebunden das ganze ist sehr harmonisch schon auch den Wein würde ich aber noch ein paar Jahren geben ähm da ist sicher noch sehr viel Potential drinnen diesen Wein würde ich aber auch jetzt schon problemlos verkaufen und Speisenbegleiter wieder zu diesen Wildgerichten was wir vorher schon hatten ist der perfekt kann ich mir den sehr sehr gut vorstellen aber auch für den Sologenus speziell jetzt im Winter wo es noch so kalt ist auf dem Camino ein Glas allein wäre etwas krächtiges schönes elegantes genau mit diesem Pinot Noir 2008 mein Guntana genau gold wichtig und wie gesagt aber auch dieser Prozessor für Luft gleich nach dem Öffnen ist er noch ziemlich verschlossen deswegen einfach ein bisschen stehen lassen speziell bei Pinot Noirs oder generell bei Burgunder ist immer ein bisschen aufzupassen die Belüften im Decanter oft sind sie einfach zu filigran dass sie einfach nur zusammenklappen wenn sie im Decanter kommen deswegen ist es gescheitere Sachen in der Flasche ein bisschen Zeit zu geben oder dem Wein im Glas Zeit zu geben nachher wäre das wunderschön und die Eleganz bleibt auch die Struktur bleibt einfach besser erhalten wie man es jetzt im Decanter belüfte ja wie gesagt wir haben jetzt die Weine gehabt aus drei Jahren vom Wein Guntana Pinot Noir 2008, 2009 und 2010 2008er hat 12,5% laut Etikett 2009er hat 13,5% 2010er weiß ich leider nicht hat er nicht aufgeschrieben ich schätze aber dass der auch ca. 13% sein wird was wir noch gesehen haben ist die Entwicklung von diesem Wein eigentlich vom genau gleichen Sortiment aufgrund von den verschiedenen Jahrgängen wie er sich erreicht wie er sich entwickelt wie er sich später dann präsentiert wir haben gehabt den 2010er der was noch sehr fruchtig war bisschen unruhig war sehr starkes Dernin auf der anderen Seite der 2008er der was schon eingebunden war harmonischer war sehr elegant war und der 2009er der was noch mittendrin ist der was seinen Weg noch nicht ganz gefunden hat aber man kann schon sehen das wird spitze werden mit dem Jahr deswegen ich kann es dir wärmstens empfehlen und schaut euch das an lasst euch davon überzeugen die Beine sind nicht teuer überhaupt nicht und wie gesagt Wein Guntana aus Turbach bei Baden oder im wunderschönen deutschen Weinbaugebiet Baden ich bedanke mich und freue mich schon aufs nächste Mal Tschüss!